ja vielleicht wer weiß wer hat mich da gerade gehauen weiß ich nicht wie hast du mich denn wie hast du mich denn gerade hauen können indem ich kurz fern die feier angemacht habe und dann wieder ausgestaltet ich habe doch die möglichkeiten admin abuse admin abuse aber nicht aber das war dann nicht in meinem zusammen admin abuse admin abuse ja ja so ist das ja wir sind doch alle ein bisschen geld ziege nein nicht runterfallen ich würde sagen ich habe ich habe mich nur noch um die storm wechseln dann haben wir vielleicht erst mal auf dann haben wir erst mal was ich habe glaube ich auch gerade näher alles gut ich habe übrigens gerade glaube ich auch die insel gefunden mit eis wo wir eis her bekommen es ist gut ist übrigens krass wie das hier schon aussieht überall sind irgendwo irgendwelche gänge wege meine ich ja schon krass irgendwie hat sich so in der kurzen zeit so getan hat so das definitiv aber ich muss halt irgendwie auch mal mit der weile um das ganze noch mal aufzugreifen mit dem stream und so ich muss halt wirklich noch ein bisschen variation im mainstream rein bringen weil ich halt im moment wirklich mehr oder minder fast nur gta rp stream und eigentlich das kennst du ja von youtube von mir eigentlich ja sehr gerne die die ganzen anfänge die du gestartet hast und danach haben sie sich im sande verlaufen ja weil schloss endlich trotzdem irgendwie nur mein kraft so damit haben wir jetzt quasi auch mal die wege alle ausgeleuchtet ja ich muss halt echt mal gucken ob ich gleich noch ist da ein zombie gespawnt tatsache hier ist ein zombie wo bist du denn auf der sandinsel dann habe ich noch und dann ist da noch wohl irgendwo ein spawner schätzungsweise ja wie gesagt keine ahnung ob ich gleich noch was anderes spiele ich bin im moment so ein bisschen am hin und her schwanken zwischen anno vielleicht mal so eine richtig schön oldschool runde anno oder city skylines oder vielleicht noch mal eine runde shooter da bin ich da dann hat immer überlegen welchen von beiden also habe ich da tatsächlich auf cs go gehe und die leute damit fasziniert wie scheiße ich eigentlich in dem game bin oder battlefield 4 oder 5 oder 1 ich habe ja alle drei ich habe battlefield 3 und 4 habe ich nicht einen schönen kopf ja 25 green da ist ich habe mir ein dieser köpfe von den amostens einfach genommen und einfach aufgesetzt ich war noch mal gerade kurz drei kacktee und dann können wir die quest auch schon machen wir werden ja wir werden ja eigentlich schon bei 19 denn diese scheiß treppen treppen scheiß leitern funktionieren würden ja das ich weiß aber auch nicht kann vielleicht sollten wir das jetzt tatsächlich mal eine extra truhe machten und steht vorsätzen wo wir dann halt sagen das sind quest die nicht gegangen sind man geht uns langsam das holz aus du hast drei bäume auf der insel ich meine es aber schon abgehört wir hatten eigentlich verdammt viel holz ich meine du kannst auch eine wir haben doch genug kisten also wenn jetzt eine eigene kiste dafür machen ja rate was ich gerade vorbereite oder ach so du hast die rausgenommen ok hat das so die steinziege da schon reingelegt die steinziegel die habe ich noch gar nicht die habe ich noch nicht mal komplett ich dachte ein ganzes tag darum kümmere ich mich ja gerade ich habe die leiter aber mal in die other quest chest gepackt ok kannst ja gucken ja alles gut ich glaube dir wir haben keine c haben wir noch ein bauern irgendwo also knochen weiß ich nicht musst du gucken wir haben noch knochen mehr wofür brauchst du denn den knochen weil das ist auch eine auch eine quest place ten vielleicht sollten wir uns mal darum kümmern nicht immer sofort alle ähm spawner zu zerstören ja könnte man so ja ok wäre so eine idee ja gut die zehn die zehn bux da brauchen wir halt äh ja da brauchen wir halt ähm leder für genauso wie für die ganze wolle sag mal sag mal ist das äh 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 ist irgendwie gerade die welt langsam meine ich dass das manchmal ein bisschen nach laggt ja kann sein die 64 arrows können wir auch im effekt gerade nicht machen äh 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 die fence gates könnten wir vielleicht noch machen wie viele arrows brauchen wir wir haben in der kiste haben wir 22 ja wir brauchen 64 ja gut wir haben insgesamt wenn ich mal gerade alle zusammen packe 54 Ja, der Server ist gerade irgendwie ein bisschen Merkst du das? Dass der irgendwie ein bisschen nachlagt Irgendwie Probleme gerade hat Ja, so ein bisschen Aber wir haben jetzt gerade auch nicht, um da noch 10 Eros rein zu Aber wir wollen ja jetzt sowieso gleich aufhören Vielleicht braucht das mal gerade eine ruhige Phase Gleich wieder das Server Wobei der Server ist bei mich und ich habe eigentlich eine stabile Leitung Also daran kann es jetzt eigentlich nicht liegen Ich meine, sogar mein Stream läuft stabil Haben wir hier irgendwo noch einen Spawner Der Skelette aus... Bestimmt, irgendwo haben wir bestimmt auf irgendeiner Insel Sowas noch Ne, der jetzt gerade Skelette ausspuckt Weil dann kann man nämlich gucken, aber Du hast übrigens da unten Hast du die Truhe gelootet hier auf der Auf der Weizeninsel? Da sind alle Truhen gelootet Eigentlich Ach, die, die habe ich nicht abgebaut Stimmt, die habe ich vergessen abzubauen Aber die ist gelootet Ja, alles gut, dann baue ich die gerade ab Und loote die Also irgendwas ist mit dem Server gerade ein bisschen Ich weiß nicht, was los ist Der hackt gerade ein bisschen Der irgendwie Kann ich irgendwie Nein Dann habe ich sie jetzt mal abgebaut Aber irgendwas ist trotzdem mit dem Server gerade Ich weiß noch nicht, was Alter, ich werde müde, ernsthaft Ich weiß noch nicht genau, was hier gerade los ist Irgendwie Lass uns nachwarten, bis die Bis die grüne Farbe hier durch ist Ist halt nur ein bisschen kurios, dass diese Leiter hier einfach nicht Die Leiter nicht wollen Naja gut Wird die Farbe jetzt auch noch eben durchsammeln oder was 13 Wie viel brauchst du denn? Hä? Na, gucke ich halt selber Hm Würde ich gerne Haben wir nicht noch irgendwo Da Wim da ist 25 Ernsthaft? Ja Irgendwann Schreibt mein Mikrofon teilweise beim Schleiter Aber gut Wie gesagt, die 25 können wir ja gerade noch durchziehen Na, warte ich halt Na, warten wir halt so lang Ich gucke Wenn man die Lieder alle kennt Die man da laufen lässt, ne Gut, die Playlist habe ich auch schon seit Ewigkeiten Warum hast du denn den ein Steve da Äh Unter den Baum feststeckt? Äh, der ist dadurch passiert, als das Baum Äh, als das Baum Als der Baum gewachsen ist Der ist dadurch passiert, als das Baum gewachsen ist Halt doch, Schnauzen Dein Deutsch ist mal wieder On the fleek So, während du dich jetzt mal eben darum kümmerst Das Green Day zu machen, setze ich schon mal den nächsten Weg Auf welche Insolvenzen Wo bist du? Du kannst mich ja suchen Ach, da hinten, okay Woher willst du? Aber man merkt, der Server hat echt so kleine Probleme gerade Ja, du willst da oben Vielleicht hat der Server gerade echt Irgendwie hat der Server gerade ein bisschen zu kämpfen, ne Das merkt man richtig Sind das Karotten? Okay Wie war das noch mal? Wir wollen alle Insolven erkunden und so Ja, das war so Vorher hauen wir hier nicht ab Ist klar Willst du jetzt alle direkt erkunden und dann ist das Projekt durch, oder was? So nach drei, vier Stunden, oder was? Ja, natürlich Was erwartest du dann? Ja, ist klar Dafür haben wir noch sehr viele Inseln vor uns, glaubt mal Ich denke übrigens, ich werde mich jetzt dann Während die Green Day da unten noch durchrennt Äh, werde ich mir jetzt auch mal kurz Kobbel nehmen Und werde mich von der Weizeninsel Ja, wir warten ja eigentlich noch, bis das Green Day durch ist Und dann hören wir auch erst mal vor heute up Ne? Na komm, eine Insel erkunden wir noch Ja, da bin ich ja gerade auf dem Weg hin Okay, dann erkunden wir halt noch zwei Inseln Ja, man merkt, der Server hat irgendwelche Probleme Weil wir haben hier im Endeffekt gerade so Da unten fliegt auf jeden Fall eine Fledermaus Naja, wir hatten noch diese Fledermäuse, die Vorhin diese XP-Flaschen gegeben haben Weswegen ich 24 Level besitze Die fliegt da unten irgendwie immer noch gerade fröhlich Äh, durch die Gegend Man soll sie doch Ach, meine Güte Dong, 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 dong Kann das sein, dass das Spiel teils nicht gewohnt ist Wenn man mehrere Stunden auf diesem Server ist Dass die Server dann ein bisschen anfangen rumzubaggen Kann das sein? Keine Ahnung Version das handhabt Aber das Problem hatten wir vorher nicht, ne? Und du merkst, dass der ein bisschen nachzieht Dass der gerade ganz leichte Probleme hat Das merkst du richtig Ja, so Minimal-Maximal-Prinzip Vielleicht ist das beim nächsten Mal ja wieder stabil Die Weser ist ja nicht Vielleicht funktioniert da dann auch beim nächsten Mal die Leiter Wer weiß das schon? Ja, also Koppel ausgegangen Also ich Ich merke es halt vor allem, wenn du was isst Oh ja Oder wenn du was abbaust, dass es dann auf einmal hin rumhüpft Also da merke ich halt gerade echt Ja, aber das ist jetzt halt eben so Was soll ich jetzt machen? Soll ich kurz einmal runter und wieder drauf und Das neu laden Für die paar Minuten, die vielleicht noch drauf sind Unnötig Ja, brauchst du nein Wir werden es einfach beim nächsten Mal sehen Ob es sich dann etwas beruhigt hat Beim Brennen merkst du es halt am meisten halt auch Okay Ja Die Der rote Ähm Rote Farbstoff Ja, natürlich Ganz genau Das war ja der, den wir auch gerade gebrannt haben Äh Könnt ihr jetzt mal bitte das Server realisieren, dass ich was esse? Dankeschön Hast du, äh, haben wir noch genug Koppel für, äh Ah, okay Für was? Ich befürchte, nein Ich hab den, ich hab ein paar Slaps Ich mach nur kurz den Weg hier hoch und dann kannst du eigentlich den Rest haben Na egal, dann mach ich jetzt auch Weil ich bin jetzt gerade, weil ich bin jetzt eigentlich gerade angekommen Ich bin, ich bin da, ich kann dir den Rest der Slaps gerne geben, warte Wie viele sind denn das? Ah Genauso viel Was auch immer Ah Wo bist du? Hallo? Äh, ich bin da von der Weizeninsel aus mich weiter am arbeiten Da muss ich zu dir mal eben laufen Aber ganz ehrlich Warum verbrauchst du denn unsere Erde, Mann? Ernsthaft Wofür willst du die Erde brauchen? Nein Damit genau das passiert Nein, I don't know Ja, meine lieben Zuschauer, das war's dann mal wieder Komplett Ich bin tot Scheiße Was, was war das für'n Geräusch? Ich hab jetzt gerade irgendwie das spontane Gefühl, dass da irgendwas Das ist Gravel Ja, der Gravel, der laggyhaft runtergefallen ist, ne? Ich hab gerade irgendwie angeblich ein Wither-Geräusch gehört Auf dem Wither hat er jetzt keinen Nerv Aber der Server hat gerade richtige Probleme War das die einzige Truhe? Scheinbar Jetzt besuche ich noch kurz eben meine Insel einmal und dann können wir auch aufhören Weil die hab ich jetzt noch nicht besucht, weil ich erst mal zu dir gelatscht bin Na warte, ich komm auch mal mit rüber Das müsste aber rein in der Theorie Carrots sein Hallöchen, ihr lieben Kaninchen So, haben wir hier eigentlich irgendswo Auf der Insel ist keine Kiste oder was? Sieht nicht so aus, ne? Aber du merkst das beim Essen richtig, dass irgendwas mit dem Server ist Ne, hier ist anscheinend echt Dabei bin ich eigentlich der Server-Hoster, Alter, no, was grad los ist Und meine Leitung ist aber ohne Probleme, sonst hätt ich ja auch Frame-Probleme auf dem Stream Hier ist, glaub ich, tatsächlich Und hier ist keine Kiste No Na gut Dann ist das nun mal eben so Aber ganz viele Karotten Yay Tu mal lieber die Möhrchen Wow, das ist auch schon... Wie lange alt? Also wie lange alt, genau Wie alt? Wie lange alt, genau Ne, war es auch schon recht alt irgendwie Ab heute Abend fragt man dann auch nicht mehr Leute, wie alt bist du, sondern wie lange alt? Ja gut, Leute, ich würde auch sagen, das war's A mit dem Stream und B auch mit der Aufnahme Für heute, also bei mir mit dem Stream, ich weiß nicht, ob die Kitty jetzt gleich noch weiter sind streamt Ich hab mir extra die Hand frei gemacht und auf einmal werden mir Karotten in die Hand geworfen Diesbezüglich würde ich sagen, diesbezüglich würde ich sagen, für den Stream, das war's mit dem heutigen Stream, wir sehen uns beim nächsten Stream für YouTube, das war's, lass doch eine kleine Final Bewertung da, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft-Epic-Sky-Blog Richtig? Äh, jup Genau Und Kitty sagt auch Tschaui Und danke für die Unterstützung und hörst zu gucken Woooo Ciao Ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017